Für mich ist Parker ein wirklich cooler Actionfilm mit einem wirklich coolen Jason Statham. Der Film hat eine 20 Minuten lange actionreiche Eröffnungssequenz, hat einen simplen, aber gut aufgebauten Plot und ein eigentlich wirklich gelungenes Finale. Dass das Revival von Daniel Bernhard auf der großen Leinwand stattgefunden hat in dem Film, freut mich persönlich auch. Der Film bietet für den Zuschauer einige Verschnaufpausen in Form von Jennifer Lopez, die jetzt allerdings, wenn man es sich genau ansieht, für den Kernplot des Films nicht wahnsinnig viel Wesentliches beiträgt. Trotzdem wird der Film meiner Meinung nach nicht langweilig. Man hat schon schlechtere moderne Actionfilme gesehen, auch Jason Statham hat schon deutlich uninteressantere Filme gemacht. Und auch wenn Parker nicht das neue Spannungshighlight und wahrscheinlich auch sicher nicht einer der besten Filme des Jahres wird, ist er trotzdem ein unterhaltsamer Action-Thriller für zwischendurch und für mich eigentlich das ideale Futter für alle Fans von Jason Statham. Spannungshäuert Spannungshäuert